Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Zillertaler Krapfen. Die Zillertaler Krapfen sind eine regionale Spezialität im Zillertal. Es ist Nudelteig mit Käsefüllung, Graukäse, im Fett herausgebacken. Bei Zeltfesten in der Region werden sie oft angeboten. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Teig 300 Gramm Roggenmehl oder Halb-Roggenmehl und Weizenmehl, Type 405 1 Ei Lauwarmes Wasser 2 Teelöffel Salz Fülle 375 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, zum Beispiel Bintje, Adreta, Afra oder Licaria 200 Gramm Graukäse 200 Gramm Topfen, Quark, 20% FI, Tee, Bunt Schnittlauch Kochend heißes Wasser Frisch gemahlener Pfeffer Salz Weiter Zutaten Etwas Weizenmehl zum Ausrollen Erdnussöl, Sonnenblumenöl oder Butterschmalz zum Frittieren Folgende Utensilien werden benötigt. Topf Frischhaltefolie Nudelholz Schüsseln Teigschaber Küchenwaage Fritteuse oder Hohentopf Küchenpapier Schaumlöffel Kartoffelpresse Reibe Feinsieb Zubereitung Teig Aus den Zutaten bereitet man einen nicht zu festen, gut abgekneteten Teig. Den Teig in Küchenfolie einwickeln und eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen. Krapfen Die Kartoffeln abwaschen und mit der Schale in einem Topf gar kochen lassen. Den Topfen durch ein Feinsieb abtropfen lassen und den Graukäse reiben. Den Schnittlauch unter lauwarmen Wasser abbrausen, trocken schütteln und in Röllchen schneiden. Die fertig gegarten noch heißen Kartoffeln schälen und durch eine Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken. Alle Zutaten gut vermengen, würzen, abschmecken und diese Füllung auskühlen lassen. Fertigstellung Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einer 4 bis 5 cm dicken Rolle formen, davon einen Zentimeter dicke Scheiben abschneiden und dünn auf etwa 12 cm Durchmesser auswählen. Während des Auswellens, die Teigscheiben mit Weizenmehl bestäuben, damit die Scheiben nicht zusammenkleben. Auf jede Teigscheibe etwa einen Esslöffel der obigen Füllung geben, die Ränder zusammenklappen und fest andrücken. Die Krapfen in heißem Fett, siehe Kochlöffeltest, schwimmend ausbacken und auf Küchenpapier zum Abtropfen geben. Als Beilagen eignen sich Frischer Blattsalat oder Insalata Mister, gemischter Salat Diese Varianten gibt es.